Studien zeigen, zu wenig Bewegung ist nicht gut für die Gesundheit. Anlass genug für die Mittelschule Holderhecke, das Erasmus-Projekt Every Move Counts ins Leben zu rufen. Schritt für Schritt rückten die Teilnehmenden den Bewegungsmangel zu Leibe. Und das mit großer Begeisterung. Denn was könnte motivierender sein, als dabei mit Gleichaltrigen auch andere Länder und Kulturen zu entdecken? Auf zahlreichen Schulbesuchen traf sich die Mittelschule mit ihren Partnern, um gemeinsam neue Sportarten zu erkunden. Und natürlich auch, um Küche und Gepflogenheiten kennenzulernen. Ziel war es, Wege zu einer aktiven und gesunden Lebensweise aufzuzeigen. Dafür setzten die Lehrkräfte vor allem auf die natürliche Freude an Bewegung und das Verbindende im Sport. Zudem beteiligten sie ihre Schülerinnen und Schüler schon bei der Planung des Austauschs und der Aktivitäten und verankerten das Projekt gleich in mehreren Fächern, um die ganze Schule einzubeziehen. Ob beim Wandern, Tanzen, Volleyball oder Surfen, die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei und schulten zahlreiche Schlüsselkompetenzen. Ein buchstäblich bewegendes Projekt, das zu neuem Schwung an der Schule geführt hat. Herzlichen Glückwunsch!